Ich bin 16 Jahre alt, meine Position ist auf dem Flügel oder in der Spitze. Meine bisherigen Vereine waren der SV Zuffmausen, die Stuttgarter Kickers, der FSV Weiblingen und jetzt halt der Freiberg. Meine persönlichen Ziele sind, die Saison unverletzt zu bleiben und mich weiterzuentwickeln und als Team das Ziel wäre, in der oberen Hälfte zu landen.